Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu Tag 2 meiner One Week With Me. Ich werde jetzt gleich mal in den Stall düsen, denn ich muss ja die Pferde rausstellen. Und im Anschluss an dieses ganze Video wird Tom alles kommentieren. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich glaube es wird ganz witzig werden heute. Und ich habe viel zu tun, viel vor mir. Also let's go, düsen wir mal in den Stall zusammen. Bevor es aber losgeht, musste ich erstmal genüsslich in den Tag starten. Dafür habe ich mir heißes Wasser aufgesetzt, um mir dann einen Tee zu bereiten. Den Teebeutel habe ich dann schon mal in die Flasche gehangen und dann das Wasser reingekippt. Och, und dann ist mir einfach dieser ganze Teebeutel da reingerutscht. Ich weiß, ich könnte auch einfach erst das Wasser reinkippen und dann den Teebeutel reinhängen. Aber ich habe jetzt einfach den Teebeutel festgehangen und dann das Wasser reingekippt. Sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig. Dann hat es auch tatsächlich geklappt. Wer hätte das gedacht? Ja, dann war mein Tee endlich fertig. Und ich konnte mir dann endlich meine Schuhe anziehen. Erst hier mit dem Au-Finger, dann den Schuhanzieher genommen und mich am Spiegel festgehalten. Ja, dann habe ich mich natürlich in den Stall gebeamt, wie immer. Und war dann direkt bei der Pony-WG. Und schaut euch Valentino an, hat der Spaghetti auf dem Kopf und was liegt da auf dem Boden? Sind das irgendwie alles Fleischbällchen? Hat der Spaghetti Bolognese heute gegessen, oder was? Naja, dann habe ich ihn nochmal ein bisschen gekrault mit seinem Spaghetti im Haar und bin dann aber zu Fuß tatsächlich zu Gollumsbox gelaufen. Der ist ja Vegetarier, deswegen hat er heute einen Apfel bekommen. Kein Spaghetti Bolognese für ihn. Nom nom nom, den hat er schnell wegschnabuliert und schwupps die Wupps ist er auf einmal schwarz. Also was ist passiert? Oder? Ne, das ist gar nicht Gollum. Achso, das erkennt man am Schweif. So einen großen, dicken Schweif hat Gollum, glaube ich, nicht. Das müsste dann, glaube ich, Maike sein. Ja, da bin ich Maike geritten, stimmt. Der Schweif wirklich, das ist ein Traum. Den habe ich dann natürlich erstmal drei Stunden lang gekämmt. Weil, ja, wann hat man schon mal so einen Schweif? Oh, habe ich das genossen. Aber dann musste auch irgendwann der Sattel drauf, weil ich bin ja schließlich nicht zum Spaß hier, sondern zum Reiten. Dann habe ich natürlich nochmal eben alle Gurte festgezogen und gecheckt. Nicht, dass ich da gleich runter plumpse. Die Haube abgezogen und dann kam die Trense in den Mund von dem Haflinger. Mhh, die scheint ihr auf jeden Fall zu schmecken. Maike ist jetzt ready und jetzt stehe ich mal auf. Denn wir wollen aufs Feld gehen. Ich habe meine Mom angerufen. Und sie kommt jetzt gleich und macht noch ein paar Videos von uns. Richtig cool, ich freue mich. Sie ist einfach so ein liebes Pferd. Wirklich, ich mag Maike richtig, richtig gerne. Sie ist einfach so eine Süße und so lieb. Und, ach, die mag ich. Als Mama dann endlich da war, sind wir natürlich aufs Stoppelfeld gegangen. Denn, Leute, es ist Stoppelfeld-Season. Und dann sind wir erstmal in die eine Richtung galoppiert. Also, wir haben uns natürlich auch voll warm gemacht. Und dann sind wir wieder in die andere Richtung galoppiert. Und nach ungefähr 30 Sekunden waren wir dann auch schon fertig und haben uns wieder zurück in den Stall gebeamt. Ich habe Nantana jetzt fertig gemacht. Und jetzt werde ich sie noch schnell trensen. Und dann geht es für uns beide in die Halle. Sie hat einfach so einen mini kleinen Kopf. Also, ich glaube, der von Valentino ist gefühlt größer. Wahrscheinlich kann sie das halb der von Valentino tragen. Ja, würde wirklich passen. Und dann waren Speedy Gonzales, a.k.a. Nantana und ich auch schon in der Halle und haben unsere Runden gedreht. Schaut euch das mal an. Da haben wir uns natürlich erstmal ein bisschen warm gemacht. Und hier dann im Galopp. Mama immer noch hinter der Kamera. Oh, das war echt ganz schön anstrengend. Also, da kommt man echt aus der Puste. Da soll noch einer mal sagen, dass Reiten kein Sport ist. Hier dann extra nochmal eine Runde etwas langsamer gegangen, bevor es dann wieder richtig auf Tempo ging. Oh, also wirklich. Da kommt man richtig ins Schwitzen. Und Nantana macht das aber auch mega gut. Und deshalb hat sie direkt nochmal eine Runde im Trab bekommen. Auch da setzt sie immer wieder Fuß vor Fuß. Also wirklich gekonnt, wie aus dem Lehrbuch. Und macht das einfach klasse. Da kann ich sie auch nur loben. Jetzt bin ich aber auch wirklich aus der Puste. Mama, erkennt man das überhaupt auf der Kamera? Ja, ja, das erkennt man. Aber man sieht auch, dass es dunkel ist, ne? Aber man kann alles gut erkennen. Okay, danke Mama. So, jetzt bringe ich mal Gollum und Tresenio raus. Gollum trödelt einfach immer so auf dem Weg zur Weide. Das ist echt nervig. Aber zum Glück findet meine Mutter immer die passenden Worte dafür. Gollum, du Schnecker. Wer hätte das gedacht? Wir haben es doch noch zur Weide geschafft. Und netterweise hat mich meine Mutti sogar abgeholt. Dann konnte ich nämlich direkt die nächsten Pferde schnappen, die auch auf die Weide mussten. Das sind nämlich Nantana und Maike, die ich ja auch schon geritten bin. Die kommen aber natürlich auf eine andere Weide. Die ist zwar auch grün. Man könnte denken, es wäre die gleiche. Aber nein, es ist die Stutenweide. Weil das sind ja zwei Stuten. Und das ist bei uns immer wie so ein kleines Pfandsystem. Wenn man zwei hinbringt, darf man auch wieder zwei mitnehmen. Aber die muss man erst selber einfangen. Und deshalb bin ich dann losgegangen und habe hier zwei braune Pferde eingefangen. Und die habe ich dann zum Stall zurückgebracht, weil die ja schon den ganzen Tag draußen standen. Wir sitzen jetzt im Auto und fahren jetzt in die Stadt. Wir wollen nämlich was essen, weil ich habe auch richtig Hunger und wir haben nichts gefrühstückt. Hella in drei Klamotten wie immer und ich wie ein Dreckspatz und gehen jetzt halt so was essen. Ja, ist doch schön. Ist total authentisch. Ja, ich rieche voll nach Pferd. Ja Mama, so ist das, wenn man mal in den Stall geht. Wahrscheinlich werden wir Sushi essen. Mh, gesagt, getan. Da sind wir auch schon und haben Sushi bestellt. Mh, schmeckt's Mama? Mh, ich liebe Sushi einfach über alles. Wir mussten uns jetzt aber auch noch Nachtisch gönnen, weil das Sushi hat nicht gereicht. Nein, wir sind eigentlich schon pappsatt, aber haben uns jetzt hier noch Puffertiers. Und noch hier so ein Kaffee. Obwohl ich eigentlich keinen Kaffee trinke. Geholt, weil der ist einfach in Pink. Das muss da einfach sein. Warte, ich probiere jetzt. Ultra lecker. Also der Schaum schmeckt gut. Und jetzt probiere ich noch diese Puffertiers. Das schmeckt wirklich. Der ist mir rausgerutscht. Ich bin jetzt an dem Stall angekommen, wo ich meinen Kutschschein gemacht habe. Und werde mich heute noch um Bambi kümmern. Das Pferd von Lucy. Sie ist nämlich gerade im Urlaub. Und ihr Pony steht ja jetzt nicht mehr bei uns. Sondern in einem offenen Stall, was ja auch super schön ist für die Pferdchen. So Bambi, dann komm mal mit hier durch die Schlammschlacht. Also Gott sei Dank habe ich dieses Mal Gummistiefel dabei. Ich habe Bambi jetzt fertig gemacht. Und jetzt gehen wir erstmal hier irgendwie eine schöne Runde raus. Mit ihr gehe ich jetzt ausreiten. Morgen habe ich Bambi nochmal. Und dann wollen wir ein bisschen Dressur reiten. Mal sehen, ob das auch klappt. Ja, und jetzt schauen wir erstmal nach einer schönen Strecke. Also das Feld würde mir auch schon sehr gut gefallen. Aber ich glaube, wir schauen erstmal nach einem schönen Sandweg. Hoppe, hoppe Reiter. Wenn er fällt, dann schreit. Da fällt er in den Graben. Fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf. Macht der Reiter plumps. Oh, das hat so viel Spaß gemacht hier zu reiten. Wirklich. Und wir waren so kaputt danach. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir hatten erstens richtig Glück mit dem Wetter. Denn jetzt hat es richtig angefangen zu regnen. Und wir waren ja ausreiten. Die haben da nämlich keine Halle. Bei Lucy am Stall. Und deshalb hatten wir richtig Glück, dass das Wetter noch ganz gut war. Und jetzt geht es wieder zurück an meinen Stall. Da hole ich nämlich Gollum und Tresenio wieder rein. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir natürlich die Gummistiefel ausgezogen und nicht mit zur Weide genommen. Es war natürlich wieder komplett matschig. Nach Gollum und Tresenio musste ich dann natürlich auch noch Maike und Nantana reinholen. Ich habe fast den Namen vergessen. Ja, bei dem Wetter kann einem das mal passieren. Es war einfach super Wetter, wie man hier an Valentino sieht. Als kleine Entschädigung hat Valentino dafür dann eine Massage-Krauleinheit von mir bekommen. Das liebt er einfach. Er ist auch einfach so zuckersüß und vor allen Dingen nass. Aber ich habe ihn dann erstmal geputzt. Weil, ja, draußen saut er sich natürlich auch immer ein. Deswegen habe ich ihm hier eine neue Friese gestylt und sein zotteliges Haar mal ein bisschen durchgekämmt, damit er wieder schnieker aussieht und er sich gleich in der Halle wieder ordentlich wälzen kann. Wie man ihm ansieht, hat er sich direkt hingelegt und erstmal ein panierter Schnitzel aus sich gemacht. Wuhu, hat sich das Putzen wieder heute richtig gelohnt. Dann sind wir erstmal zum Warmwerden ein paar Runden gelaufen. Ja, ich habe versucht, ihn zu motivieren. Ja, also für seine Verhältnisse war er sogar ganz schön motiviert. Dann habe ich da so ein bisschen gezappelt und er ist um mich rumgelaufen. Keine Ahnung, wie man die Nummer nennen soll. Der Zappel-Philipp. Und als Belohnung hat er dann ein Leckerli bekommen, weil er ist seine Runden um mich gelaufen. Das ist schon eine Belohnung wert. Ja, dann sind wir zusammen auch noch ein paar Runden gelaufen, weil jeder Schritt macht fit und jeder Gang macht Schlangen. Aber trotzdem war es dann doch ganz schön anstrengend. Nach diesen zwei, drei Runden haben wir uns dann auch, ehrlich gesagt, erstmal hingelegt. Das haben wir uns auch verdient, weil, ja, ich bin den ganzen Tag auf Achse, Valentino auch. Und dann muss man halt auch irgendwann mal Pause machen. Das ist ein bisschen schwer, oder? Ja. Oh, das war jetzt auch so anstrengend, die eine Runde, die er gerannt ist. Ein bisschen wie Maike. Er ist so süß. Er ist so ein süßes Baby. Schön, dass ihr jetzt beide paniert seid. Das ist übrigens unser beliebtester und erfolgreichster Trick, das Hinlegen. Das kann Valentino in- und auswendig. Und ich kraule ihn dann immer so dabei und dann stellt er sich einfach tot. Manchmal bewegt er sich noch so ein bisschen, aber eigentlich, ja, liegt er dann einfach nur da. Was er aber auch kann, ist hinsetzen. Und ihr glaubt es nicht, aber so gut wie heute klappt das nicht immer. Und er ist einfach so lange so sitzen geblieben. Das war so, so süß, so zucker, zucker süß. Oh Mann ey, Mama, hast du dafür noch einen guten Spruch auf Lager? Einmal Sandkasten und zurück. Mama, du Poet. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und wow, Mama, putzt du etwa gerade meinen Pony? Und ist eigentlich viel Sand im Fell? Ja. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Was war das für ein intensiver Tag? Also, ich bin einfach die ganze Zeit von A nach B gerannt. Ich habe jetzt gerade mal in meine Health-App geschaut. Ich kann das immer nicht aussprechen, so englische Wörter. Hauf? Hauf? Ganz schlimm, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bin ich einfach mal 22.000 Schritte gelaufen. Ja, so kam mir auch der Tag vor. Ich habe die ganze Zeit nur Pferde rein, Pferde raus, irgendwo hingedüst. Dann bin ich Bambi noch geritten. Es war schon ziemlich, ziemlich anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich jetzt endlich zu Hause angekommen bin. Aber hier bleibe ich auch nicht lange. Denn wir werden jetzt auch noch mit der Familie essen gehen. Aber jetzt mache ich die Kamera aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja morgen auch schon wieder. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich riesig darüber, falls euch die One Week With Me gefällt. Und dann ist morgen auch schon Tag 3. Also, bis dann. Ciao! 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 Ciao!